Herzlich Willkommen liebe FCH-Fans zum Zimmer-Duell 2020. Heute gegenüber stehen sich Luca Plattenhardt im grünen Trikot und Loris Weiß logischerweise im weißen. Erste Frage. Wer ist ordentlicher? Gute Frage. Hast du noch? Auflösung. Sehr gut Männer. Wer hat den festeren Schuss? Keine Übereinstimmung. Besseren Schuss hast du? Besser, aber nicht fester. Wer erzielte im Training mehr Tore? Wann? Immer generell. Übereinstimmung? Wer braucht im Bad morgens länger? Achso. Sehr gut. Super Junge. Wer schnarcht lauter? Gar niemand. Was ist da? Überspringen. Überspringen wir. Wer ist schneller am Buffet? Wer regt sich schneller auf dem Platz auf? Schneller, gell? Schneller, gell? Beide Akklusiken. Boah. Steig. Kleiner auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Wer von euch kann besser kochen? Bei mir kochen. Freunde. Richtig. Wer von euch ist häufiger am Handy? Überleg dir richtig. Überleg dir richtig, okay? Achso. Soll ich auf den Punkt gehen? Wer ist der größere Morgenmuffel? Wer ist der größere Morgenmuffel? Wer von euch gewinnt das Lauf-Duell? Schnelligkeit oder was da? Schnelligkeit. Ja, ja. Weiß selber. Hast du? Ich hab, ja. Selbst überlegen. Leider falsch. Das war auch die letzte Frage. Es war ja gar nicht so schlecht für die erste Folge. Und morgen gibt's natürlich einen weiteren Teil mit zwei neuen Spielern. Spaß.